Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freundinnen. Ja, habt ihr schon den Herbst gesehen? Schnell den Besen hergebracht, wir wollen plätterfegen. Wo ist die Jacke? Zieh sie an, setz auf dem Kopf die Mütze. Und mit dem Stiefelchen gehen wir dann pitsche patsche in eine Pfütze. Jawoll, habe ich gelesen. Es ist ein Gedicht vor dem Herbst und ich fand das so toll. Aber wir holen den Besen und machen den Wald sauber. Wir machen nur unser Wiese hin ein bisschen von der Laube freie, aber nur in die Mitte. Am Rand kann er ruhig liegen bleiben, für die Igles und so. Ja, so machen wir das. Und wie macht ihr das? Macht ihr das auch so? Man muss ja auch auf die Insekten und auf die kleinen Tiere und so, muss man achten, jetzt vor die Winter. Ja, hat mein Freundin schon gesagt. Also ich habe hier bei uns noch kein Igles gesehen. Ist auch gut so, hat mein Herr schon gesagt. Und ich hatte das ganze Nächste voller Flöhe und Läuse. Haha, ja, Igles hätte Flöhe und Läuse, hat er gesagt. So, ein Quatsch. Aber gut, Freunde, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Und bis dann, euer Mokli. Mit die weiße Socke, taktische Füße. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Oh Mann, oh. Ah, nee, die weiße Socke. Jawohl, so ist es. Also, bis dann. Tschüss. Habt einen schönen Tag. Tschüss. 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 Tschüss.